hallo und herzlich willkommen hier auf dem kanal von gibt supernova mein name ist flafu und wir spielen heute das ungespiel mr luchs hat ja ein spiel entwickelt ein jump and run spiel wo man als schlee und peng wo man als schlee regenbogen gläser einsammeln darf und wir gehen direkt rein ins spiel eine wunderschöne umgebung ja also da kriegt man richtig urlaubsstimmung und auch ja das schlee monster ist auch sehr schön gestaltet und wir versuchen jetzt hier am strand am sandstrand auf diese plattform zu springen und peng ja also die steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig als man erkannt mit wer a s d und haben ein regnungen glas juhu grüß genau so ein tanzverbot überwirft jetzt würde ich jetzt sagen mit b a s d kann man steuern und mit der leertaste springen aber ich habe festgestellt dass hier ja das ist ziemlich ziemlich schwierig also gerade so am anfang von spiel ist soll das doch ein bisschen einfacher sein ja die sprungtaste funktioniert aber dann verpasst man die andere plattform sehe ich jetzt gerade und schon wieder obwohl man direkt von der kante abgesprungen ist und also man muss rennen und gleichzeitig springen aber dann funktioniert die sprungtaste wieder nicht und wir liegen wieder auf dem strand und grillen deshalb juhu wir haben eine platte und aber hey wir haben eine plattform geschafft und ein regenbogen glas das verspricht doch hier ein richtig tolles schon wieder also ich muss dazu sagen ich habe irgendwie den eindruck die plattformen sind zu weit auseinander oder freue ich mich da bin ich jetzt irgendwie zu doof das zu steuern oder also ich bin ja auch jetzt gerade anfänger es erinnert mich an diese an diese videospielzeit diese videospielhallen wo man noch richtiges münzgeld in so ein automat gesteckt hat und dann sind da solche nervigen pieps geräusche kommen und dann hat man gespielt und gespielt und gespielt ja dass da kommt freude auf der kommt laune auf also ein hinweis ein spielentwickler man muss ja dazu sagen dass mr lux jetzt kein in anführungszeichen professioneller spielentwickler ist wie jetzt nintendo oder sega oder so aber naja erhält die plattform jetzt doch ein bisschen mehr machen können dass man zumindest am anfang ein paar erfolgserlebnisse hat also schreibt gerne in die kommentare bin ich jetzt zu doof das hier zu spielen oder ist das wirklich ein bisschen heavy also ich bin wirklich gespannt wie das also ich hoffe dass unge das spielt also ich bin echt gespannt wie er das spielt die gläser sind verfickter mal schon fast vergriffen bei den mcdonalds und das war kein krasser mcdonalds bei dem ich war das war normaler standardisierter mcdonalds weil er ist da hat er vielleicht ein bisschen mehr skills wie ich aber irgendwie komme ich nicht ja ja fast also ja irgendwie ist es schwerer wie es aussieht und das sind ja auch bewegliche plattformen dabei ich muss hier zu sagen ich spiele es jetzt nicht zum ersten mal ich habe schon eine halbe stunde aufgezeichnet und dann ist mir aufgefallen dass in das spiel in der aufzeichnung über obs total alles verpackt hat und dann hat war das bild laufend eingefroren also ich habe jetzt schon ein bisschen geübt und bin bis zum zweiten sogar ich glaube bis zum vierten regenbogenglas gekommen ich kann als beweis dann mal ein paar screenshots noch rein twittern oder zeigen aber irgendwie ja probiert es gerne selber und dann lege ich wieder auf den boden probiert es gerne selber aus also den link zum mister lux kanal und auch zu den download kann ich euch gerne in die video überschreibung schicken und schreibt gerne in die kommentare wie weit ihr gekommen seid ich bin mir sicher da draußen ihr macht das viel besser wie ich ich bin ja ich habe die zweite plattform was ist da los und also wie gesagt meiner meinung nach das ist nur mein eindruck sind die plattform zu weit auseinander und die steuerung funktioniert eigentlich und ja das war es schon also die plattform sind zu weit auseinander und gerade am anfang gerade von einem jump and run spiel wo es schon frustrierende stellen geben kann sollte ein kleines erfolgserlebnis doch ein bisschen zumindest am anfang sein also dass man wenigstens ein bisschen über über ein bestimmtes level kommt weil ich habe jetzt extra den ton der ton ist jetzt aus von dem spiel also da kommt dann noch so ein geräusch wenn man runter fällt und das kann wenn man das mal 20 mal 30 mal gehört hat kann das dann schon ein bisschen auf die nerven gehen aber wie gesagt hut ab für die tolle grafikarbeit und auch die steuerung also ich wüsste jetzt nicht wie man sowas programmiert also ich kann zwar 3d computer grafik und so das kann ich ganz gut aus so was wie man so eine steuerung programmiert also erstmal respekt an dieses diese leistung aber ich glaube man muss sehr 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 viel üben und probiert es gerne aus probiert es gerne aus das war es von mir ich wünsche euch viel spaß bei dem spiel ich glaube es heißt einfach ungegame ich würde jäger der verlorenen regenbogen gläser nennen und tanzi als endboss ne war nur spaß also das war's für heute euer lieblings red panda flavo und schaut gerne bei mr lux vorbei und ja jetzt gerne selber aus schreibt gerne in die kommentare bestelle ich mich dort doof an oder habt ihr auch irgendwie probleme mit dem spiel lasst mich gerne wissen und wir sehen uns beim nächsten spiel oder video bis dann und bleibt gesund bleibt neugierig und tschüss war doch klar dass jemand aus der unge community gewinnt ich habe euch auch gut erzogen leute let's go